Ich bin doch nicht hier, um Sie zu amüsieren. Wenn Sie sich amüsiert fühlen, dann habe ich etwas falsch gemacht, tut mir leid. Fühlen Sie sich amüsiert? Ja, dann gehen Sie, gehen Sie schnell. Hinaus an die Luft, atmen Sie ein paar Mal tief und beruhigen Sie sich dringend. Wenn Sie jetzt nicht gehen, wo Sie doch amüsiert sind, dann rechne ich nicht mehr mit Ihnen. Verstandesmäßig, so rein verstandesmäßig. Ihre Sprache wird sich überschlagen. Sie werden schmunzeln, dann lächeln, so kenne ich es, das amüsiert sein. Und es wird Sie umbringen, Sie und irgendwann mich. Denn an einem der nächsten Tage werden Sie von mir erwarten, Sie beständig und immer wieder aufs Neue zu amüsieren. Und natürlich werde ich scheitern, denn niemand kann einen anderen in so einem gründlichen Umfang amüsieren. Nie wird es gelingen. Die grobe Folge dieser Erkenntnis, Sie werden sich von mir abwenden. Und diese Bewegung, die wird mein Herz brechen. Darum bitte, seien Sie nicht amüsiert. Vom Amüsiertsein kommt nichts Gutes. Es bringt mich um.